So, hallo und willkommen. Heute mal ein Box-Break und das erste von uns, nämlich TOPS Chrome Match-Attacks. Da ist Champions League drin, da ist Europa League drin und da ist auch die weltberühmte Conference League drin. Also wir gehen dann gleich mal rein ins erste Pick. So sieht der ganze Spaß von Ihnen aus. Nein, wir haben den Laden. Fangen wir doch mal an. So, Raheem Sterling, sehr schön. Spinazzola, auch gut. Oh, Sergio Ramos, stabil. Dann haben wir 100er-Club. Udo Fernandes mit einer Nummerierung von 128 zu 299, sehr schön. So, Harry Maguire, wunderbar. Dann haben wir... Luis Muriel. Luis Patricio. Und... Sergio Busquets. So, wir haben Marcus Rashford. Oh, Sergio Nauri, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. ... 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 Und wir haben Oliver Torres mit einer Magie Ruhm, sogar 5 zu 75. Und dann haben wir Harvey Barnes, Drew Bellingham, Giovanni Di Lorenzo und Mikkel Merino. So, Sarkathis Jones, Marco Varati und Nikola. Und wir haben Emre Can zu 299. Und wir haben Daniel Marlen zu 100. Dani Olmo. Oh, Ansu Fati, sehr schönes Ding. Luka Modric, richtig gut. Und wir haben Man of the Match auf jeden Fall. Marcos Llorente. Oh, sehr schön. Unbeatable Lewandowski. Das ist eine wunderbare Karte. Moreno. Und wir haben Malinowski zu 299. Kunde. Den hatten wir auch schon. Nur nummeriert. Wieder den Mikkel Merino. Oh, Kylian Mbappé. Sehr schönes Ding. Und Bowen. Und Bowen. Trippier noch für Atletico Madrid. Oh, Josh Kimmich. Sehr schön. Den Bowen. Und wir haben Alexander Isaac zu 999. Oh, wir haben Harry Kane. Und Genie. Oh, Leo Messi. Nicht schlecht. Denkt man gerne mit. Und wir haben eine Rookie-Karte. Rila. Julian Brandt. Nisri. Und wir haben. Oh, Winnie Junior. So, wen haben wir da? Ruben Diaz. Keine. Hakan Cana Nullu. Und. Kylian Trippier. Zu 150. Wir haben Bruno Fanage. Labria. Kulusewski. Gerade gewechselt. Und wir haben. Kevin De Bruyne. Zu 199. Okay. Not bad. Renan Lodi. Die Rookie-Karte. Die zweite. Lotharo Martinez. Oh, Federico Chiesa. Und. Wir haben. Suyuncu. Freiburger Legende. Zu. Oh. Das ist eine niedrige Nummerierung. Zu 15. Aha. So. Das ist ja ziemlich. Circa. Zu 15 Stück. So. Wir haben Jack Grealish. Als Supersigning. Kai Havertz. Hundertklub. Wir haben Sticklenburg. Und. Wir haben Marcelo. So. Jetzt die Dinger nicht gerennt. Also. Olivier Torres. Zu. 75. Das ist gut. Renan Lodi. Zu. 299. Aber schöne Karte. Daniel Mahlen. Zu. 199. Ist okay. Dann natürlich lieber. Nicht nummeriert. Aber. Klar. Legende. Kilian. Auch nicht nummeriert. Dann nochmal. Alexander Isaac. Zu. 99. Das ist auch eine fairenummer. Schöne Karte. Trippier. Zu. 150. Dann hier. Kollege Jun. Suyuncu. Zu. 15. 15. Oh. Vor allem ist es die 1 zu 15. Oder? Das ist doch schon mal was. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also. Hier die 1 zu 15. Geil. Und. Mr. De Bruyne. 59 zu 199. Ok. Also. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. inscrever. Spin alone. Youtiğ. centered. Bis zum nächsten Mal.